Was ist das denn für ne Fratze? Leute, willkommen zurück zu Bayonetta 3, ja im Titelbildschirm, denn es gibt dafür auch einen Grund. Leute, es ist unfassbar. Das Spiel hat jetzt nochmal richtig so kurz vorm Ende unseres Let's Plays hier, gab es nochmal ein Update. Ein umfassendes Update und zwar die 1.2.0 Version, welche neben so ein paar Tweaks und so, zum Beispiel, dass wir jetzt wohl wesentlich besser mit Viola kämpfen sollen können, kann, ja, was uns jetzt nichts mehr bringt, weil wir haben die Story schon durch, nicht wahr? Sehr schön. Und ein paar Verse, wo wir auch so ein bisschen gestruggelt haben, vielleicht sogar die wurden auch ein bisschen angepasst, so in Form, dass man mehr Zeit hat oder so, oder mehr Treffer einstecken kann, ne, so ein bisschen Balancing, sagen wir mal, fassen wir mal zusammen, als Balancing Update, ja, wurde getätigt. Aber noch was ganz anderes, Leute, ich wollte ja eigentlich, äh, ich wollte ja mit euch diese drei Schlüssel für das antike Bilderbuch suchen und das, naja, das muss ich nicht mehr. Weil man anscheinend, haben sie einfach, ich weiß gar nicht warum, anscheinend kriegt man die jetzt einfach so, wenn man halt, ja, zum ersten Mal die Tore der Hölle, also, ja, Wodans Bar, sobald man die betreten kann, kriegt man die Schlüssel einfach so. Also ein bisschen schade finde ich schon, weil die waren halt echt cool versteckt, ich hätte euch gerne die Verstecker gezeigt, aber naja, jetzt kriege ich sie halt, also, müsst ihr jetzt gleich kommen, dass wir die einfach so bekommen. Richtig, äh, naja, Glück gehabt oder Pech gehabt, je nachdem, wie man es sehen möchte, nicht wahr? Tada, drei Farbschlüssel, du hast die drei Farbschlüssel erhalten, einfach so, die hätte ich eigentlich suchen müssen. Mit Hilfe dieser Schlüssel sollte es dir gelingen, das Siegel des alten Bilderbuchs zu brechen, das im Tor zur Hölle zum Verkauf angeboten wird. Und ja, das haben wir ja schon richtig lange uns gekauft und ja, das habe ich jetzt einfach, äh, fertig. Und damit steht uns ein sehr, sehr cooles, kleines, minimales Bonus-Kapitel offen und um das soll es heute gehen. Ja, an sich, ach, ich war so schön vorbereitet, ich habe ja schon mich schlau gemacht, an welchen Versen, in welchen Chaos-Kluften Unterkapiteln diese Schlüssel zu finden gewesen wären. Auch erst, würde ich, nachdem man es durchgespielt hat, wie ihr erklärt. Aber ja, dann müssen wir jetzt nicht mehr, tut uns leid, tut mir leid. Aber alle, die die Schlüssel auch noch nicht eingesammelt haben, denen das vielleicht zu mühselig war, die haben die jetzt auch einfach so in petto. Boah! Ja! Ultracool! Alter, wenn du das Buch aufschlägst, kannst du womöglich für einen längeren Zeitraum nicht hierher zurückkehren. Möchtest du trotzdem im Buch blättern? Leute, darum soll es heute gehen, machen wir sehr, sehr gerne. Oder dass es hier so steht, womöglich für einen längeren Zeitraum. Nee, tatsächlich soll das wohl sehr, sehr kurz sein. Also ich hoffe, dass wir das in einem Part schaffen. Wow! Leute, was wird passieren? Also an sich, ich weiß es natürlich schon. Was das Ganze aber nicht weniger aufregend macht. Ja! 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 Guck mal Leute, es ist auf einmal ein komplett anderes Spiel. Und ja, das ist hier tatsächlich ein Foreshadowing auf ja eigentlich schon Platinum Games nächstes angekündigtes Abenteuer. Das haben sie ja auch relativ, ja, also zum Zeitpunkt der Aufnahme wurde es ja eigentlich relativ spontan angekündigt. Und kommt auch schon bald raus, dass es einfach hier ein Bayonetta Origins Game gibt. Also nicht Bayonetta 4 oder so, nee, Bayonetta Origins. Und wir zocken halt wohl ja, wie man sieht, Bayonetta als kleines Mädchen noch, als Kind. Wie wir es ja eigentlich auch in Bayonetta 3 öfter gemacht haben. Und das soll wohl ein ganz anderes Gameplay-Erfahrungswert mäßig sein. Und deswegen kann man hier schon so ein bisschen quasi, nennen wir es einfach Demo, können wir ein bisschen eine Demo zocken. Der Weg ist ja mal spannend. Okay, mal gucken, was kann ich denn alles. Ich kann nur laufen, äh, mit meinem Kuscheltier, äh, mit der Kuscheltierkatze, ja, ja. Na, okay, gucken wir mal. Hm? Du bist du bist du bist du bist du. Sieht aber schick aus. Ah, Mann, ey, cool. Einfach so eine geile Demo eingebaut, voll nice. Oh, sieht aber schön aus, ja, diese ganze Bilderbuch-Ambiente, ne? Wir sind auch in dem Buch drin, ne? Bilderbuch-Flair. Find ich schön. Serasa schivert at the Thaw to Fort Lea ahead. But Curiosity got the better of her. Oh, wird hier eine richtig schöne Geschichte erzählt. So, kann ich die Stufen hochgehen, oder muss ich den, den Weg laufen? Oh, sie klettert hoch. Tch, tch, tch. Kann ich schon doch hier hoch, oder? Okay, ist das, äh, kein Geheimer Gang oder so. Nochmal schön alles angucken, hier sieht es auch so aus. Hier sind irgendwelche Geheimgänge, ich will jetzt schon wieder... Ey, es ist bloß eine Demo, verdammt nochmal. Es ist noch nicht das vollwertige Game. Deswegen... Lauf ich vielleicht einfach mal... In Richtung des Pfades. Mystisch. Oh, sie springt von alleine, ich werde bekloppt. Twim! Eine Lichtung. Äh, muss ich Angst haben? Bäh, es kommt auch noch Nebel hinzu. Das ist aber schick, ey. Du bist so magisch-mystisch irgendwie, wie es ja noch nicht sagen soll. Ich bin jetzt irgendwie selber ein bisschen schon gleich gefesselt von der Atmosphäre. Hm? Das ist ein... Ich dachte, ich hätte was gesehen. Lass uns gehen, Cheshire. Let's go, Cheshire. Er sieht einfach nur, ihr kuschelt hier so als Begleiter, voll traurig. Obwohl, jetzt hat der wohl anscheinend den großen Katzendämon irgendwie in sich oder verwandelt sich in den. Man weiß es nicht. Oh, irgendwie schönen Farben. Ey, geil, ey. Sie hat sich in den ganzen Dornen und Stacheln, die aber auch Schmetterlingsflügel. Das ist alles im Kupperschnitt. Bizarres Design. Was war das? Ist... Ist jemand da draußen? Ich weiß nicht, ich habe selber Angst. Die Buchsen sind voll. Oh. Oh, was? Ich kann einfach in den Büschen was einsammeln? Swoo. Okay. Alles klar, was ist denn hier in den Büschen? Okay, einfach nur durchlaufen, dann kommt alles schon von alleine zu mir. Wartet mal, Leute. Nee, ich muss die Büsche kontrollieren. Wo sind denn die Busches? Nee, nicht in den Dornen. Die tun nur weh. So, hier Swoo. Schön einfärben. Swoo, Swoo. Das sind doch einfach Zutaten, oder? Ich kann es gar nicht erkennen. Swoo, 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 Swoo. Doch, das sieht aus wie diese Zutaten, die wir zum Lolli-Kochen benutzt haben. Swoo, 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 Swoo. Kann ich hier... Okay, ich kann hier so herunter. Oh, jetzt sind schon zwei Pfade. Wo muss ich hin? Hoben oder unten lang? Ich gehe erst mal unten lang. Das wirkt so ein bisschen abseits. Swoo, 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 Swoo. Gibt es Punkte dafür, welche alle sammeln? Hm, okay, Sackgasse. Oh, richtig großer Busch. Da kommen so ja zwei Sachen raus. Hm, geil. Hier alles dicht. Okay. Nee, keine Ahnung, was das hier ist. Ein kleiner, offener Raum. Na gut, ich, äh... Kletter wieder hoch, ja. Das war doch noch so ein großer Busch. Hab ich irgendwie was hier? Kann ich irgendwie... Nee, der Fortschritt wird nicht gespeichert. Müsst du das Buch denn auch schließen? Nein, nicht das Buch schließen. Was zur Hölle. Was war das? Müsst du ein Räbchen oder was? Right, Cheshire? Oh, irgendwie interessant, ne? Die Vorstellung, dass ja die krasse, taffe, sehr, sehr selbstbewusste Bayonetta als Kind dann doch vielleicht eher ein bisschen schüchterner war. Was noch nicht ganz so gefasst auf die Welt war, die vor ihr liegt. Okay, ich schwimme hier hin. Oh, tatsächlich, ich kann ein bisschen ins Wasser. Komm, das ist ja aber zu tief, oder? Ja, okay, geht doch nicht. Ich schaffe ja schon auf den Rucksack. So, die Kamera ist die ganze Zeit fest. Kann soweit nicht irgendwie... mich genauer umgucken. So, nur mal schnell die Füße ein bisschen... angefeuchtet. Zutaten. Seht ihr hier, eine krasse Steinplatte? Hm? Das sind aber komische Zutaten hier. Diese, glaube ich, gehören nicht zu den Lollis. Was ist das? Oh, was ist das? Eine Plante aus dem Inferno. Ich wundere, wie es mir reagiert wird, wie es mir magisch reagiert wird. Oh, okay. Was ist das? Okay, tanzen. Ah. Äh. Das ist ein bisschen schwierig, er erzählt das richtig so. Ich sehe nämlich gar nicht, ob oben Uchwart ist. Seid doch, oben ist Uchwart. Links dafür nicht. Okay, alles klar. So, wann muss man reinkommen? Was ist das denn hier? Kann ich das hier irgendwie machen? Jetzt sieht es irgendwie... Okay, ich kann... Ich kann ja so ein bisschen zu... Was kann ich denn hier machen? Ja, jetzt einfach muss ich mein Tanzfeld ausrichten. Kann ich das hier irgendwie betanzen? Nee. Interessant. Das dürfen wir wahrscheinlich hier rüber. Oh, guck mal da. Sammelbare Gegenstände. Und da oben ist noch was. Nee. Kann ich ja einfach abkürzen? Nee, besser nicht. Dann falle ich nur runter. Looking into the dark underbrush... Ceresa could not shake the feeling that someone was looking back. Wer soll denn hier back looken? So, okay. Also, dancen, Leute. Äh. Ach so, ich muss ja nur die, wo der Mond auch wirklich ist. Nur da muss ich... Alles klar. Nur da muss ich dann gegentippen. Boah, alles klar. Okay, gut. Der hat schon gecheckt. Schon beim zweiten Mal alles gecheckt. Und am besten dann neigen. Also ich tippe einfach immer gegen. So boink, boink, boink. Immer so gegentippen. Und dann klappt das richtig fix. Die, 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 die. Schon so ein bisschen so ein Labyrinth, ne? Na, komm mal her, hier. Die, 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 die. Wer erwidert meinen Blick hier? Ich weiß auch nicht. So, okay. Ähm, wo sind die Dinger? So. Ja, nur, nur jetzt... Okay, jetzt links und unten. Nur links. Ja. Okay. Und jetzt alle drei. Swu, swu, swu. Swu, swu, swu. Yeah. Oh, wie sie blüht. Er da... Richtig viel. So, dann ist die erstmal was versperrt. Der Demo-Bereich ist ja abgeschnitten. Ne? Okay. Den, 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 du. Hm. Oh, kriege ich hier rüber. Komm, Cereza. Okay, one foot in front of the other. Okay, one foot in front of the other. Was mit the other? So, ich geh nochmal kurz zurück. Hier, guck mal, ich hab's auch richtig viel. Oh, noch ne Blume. So, okay. Äh, warte. Äh. Yeah, swu, swu. Yeah, aber ist schön großzügig. Ist cool gemacht. Äh, upla, da. Ding, doing, doing, yeah. Au, yeah. Tada. Da blüht sie auch schon auf. Boah. Okay, schon wieder ne Blume. Die bringt irgendwie bloß Punkt oder was? Oh, guck mal, da hast du ja ne Leiter. Aber da kommen wir erstmal ein bisschen oder nicht hoch. Ne, 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 so nicht. Ne, de, de, de. Hm. So, was haben wir jetzt hier? Was? Das ist ein kleines Häuschen. So, Leute. Aber jetzt, ich weiß auch tatsächlich doch schon, dass ich noch mal ein bisschen, würde gerne noch mal ein bisschen gucken, weil man kann hier tatsächlich in der Demo auch noch was anderes freispielen. Und zwar ein kleines Kostüm. Ja, so weit wurde ich auch schon informiert. Aber das war irgendwie, also ich habe mal gesehen, so eine Blume, die wir jetzt zum Blühen gebracht haben. Und man muss halt irgendwie, ist ein bisschen fies. Ich bin ganz vorsichtig, schon vorinformiert wurde. Man muss jetzt wohl, wenn man die ersten beiden Blumen gemacht hat, muss man noch mal zurückgehen. Und ich kann mir auch schon vorstellen, wohin zurück an dieser einen Stelle, die am Anfang so leer war. Aber da ist ja nämlich jetzt, glaube ich, noch mal eine dritte Blume. Oh, guck mal, da oben sind Vögel, da oben. Eulen. Die sind Kopf umdrehen. Oh, shit. Also, lasst mich noch mal ganz kurz noch mal gucken. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ab wann man zu weit gehen kann oder so. Deswegen, ich hoffe, äh. Ich will einfach noch mal ganz kurz schauen. Noch sieht es ja so aus, ob wir den ganzen Weg zurückgehen können. Machen wir die Demo halt auch gleich in einem Rutsch complete. So, zwei Blumen haben wir zum Blühen gebracht. Ja, und irgendwo eine, ich weiß ja nicht, warum die denn erst so spät kommen. Aber okay, ist das okay. Din, 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 din. Also, ich hoffe, dass die jetzt da ist. Wie gesagt, ist noch so ein bisschen, was ist das hier eigentlich für ein Ding? Warum kann ich den nicht zum Blühen bringen? Na gut, denn ich. So, wartet, ne, wo wartet? Noch ein bisschen weiter zurück. Bam, ban, din, bam, bam. Also, bevor man, also, bevor man, also, nachdem man erst die Fähigkeit überhaupt lernt, taucht einfach nochmal irgendwo eine Blume auf. Also, ich hoffe, die jedenfalls. Wie gesagt, meine Infos sind jetzt nicht weiter groß, äh. Din, 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 ausgereift. So, aber hier wartet doch, ne? So. Oh, guck mal. Ah, ach, ne, das ist ja einfach eine Truhe. Okay, das ist ja schon die Belohnung. Ich dachte irgendwie, dass man so drei große Blumen abblühen lassen muss. Und irgendwie die dritte Blume ist dann irgendwie ganz komisch halt noch weiter zurück. Okay, gut, egal, Leute. Das auf jeden Fall, dass wir sonst freispielen konnten. Alter, geil. Ja, was war das denn, Leute? Ja, und das war wieder, ne? Es sah noch nicht so aus, nee. Es ist wirklich ein Kostüm-Spiegel, den man sich hier noch freispielen kann. Das war die ganz kleine, das nur, ne? Deswegen schön, 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 gleich mitnehmen. Ja, okay, das sind anscheinend doch noch mehr Blumen, die man zum Blühen bringen muss. So, wartet mal, wie viele Blumen haben wir jetzt zum Blühen gebracht? Das muss ja eigentlich, swuh, 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 eigentlich easy nochmal rückwirkend zu merken sein. Also die erste Tutorial-Blume zieht anscheinend mit. Da, 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 da. Ja, das ist aber auch der Zeichn, dass wir gleich durch sind. So, vielleicht zieht das hier mit, als eine Blume zum Blühen gebracht. Okay, dann sind da halt die ganzen kleinen. Dann die eine große. Und dann nochmal eine andere große. Ja, gut, okay. Anscheinend schon alles. Ja, die war ja denn hier. Ja, okay. Also, Daniel, könnt ihr auch gleich alles so nachmachen. Dann habt ihr auch die Demo komplett durchgezockt. Komm, Cheshire. Wir schaffen das. Du, 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 du. Aber so, also ich muss nicht sagen, also wirkt schon mal sehr, sehr cool. Und ich hab ja auch dann tatsächlich auch sehr große Lust, diese Bayonetta Origins Game auch als Display zu bringen. Also ich will jetzt mal nur versprechen, ne. Ich hab ja, der Bus jetzt, also das interessiert mich halt schon. Nicht hier, diese actionorientierte Hack'n'Slay. Das sieht ja eher so aus wie ein bisschen Rätsel. Ne, vielleicht so ein kleines Rätsel-Adventure. Natürlich sehr atmosphärisch und stimmig. Und ja, das werde ich mir auf jeden Fall, wird sich genauer angeschaut. So, bum, 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 bum. Okay, Zutaten kommen auch einfach so zu mir flogen. Auch wenn ich sie nicht direkt einsammle. Gut zu wissen. Na, komm. Na, Serisa, komm mal hier runter. Ey, wir dürfen sie ja nicht Bayonetta werden, denn er ist ja noch Serisa. Swoo. Boah! Alter. Fortsetzung folgt. Oh, ich dachte, wir kommen echt noch in dieses kleine Häuschen rein. Aber ja, die Demos wurde ich sehr, sehr kurz. Ich bin ein Umba-Witsch. Ich bin ein Umba-Witsch. Ich bin ein Umba-Witsch. Ja, mein liebster Serisa. Ich kann noch nicht mehr zu retten. Ich kann noch niemanden retten. Was? Was könnte das sein? Serisa? Nein! Hm? Na, Nuhchen. Ey, Leute, geil. Interessant. Sehr interessant. Ach, Leute, doch. Also, ich hab Bock. Bayonetta Origins. Serisa and the Lost Demon oder so. Hier ist der volle Titel. Ist ein bisschen ein ganz schöner Zungenbrecher. Ja. Aber geil, Leute. Was sagt ihr dazu? Also, seht ihr so in Lust da? Das ist ja schon mal echt ein cooler erster Vorgeschmack. Jetzt haben wir natürlich noch keinen Combat gesehen. Aber der Cliffhanger lässt vermuten, dass es Combat gehen wird. Der Superspiegel. Zero shit up. Sofort im Laden zum Kauf bereit. Geil. Leute, das war dieses kleine Bonus-Kapitel. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Leute, ich möchte euch gerne erzählen. Ich war, noch vor dem Update, war ich noch mal fleißig. Und habe mir ganz viele Halos gefarmt. Und so viele, dass ich mir eigentlich im Laden schon alles Mögliche gekauft habe. Ja. Und auch tatsächlich jeden Gegenstand von den Regionen, wo man immer nur bei Wodan diese Souvenire sich kaufen kann. Da haben wir jetzt alle geholt. Hier, also das hat hier gefehlt. Der schlafende Hund. Dann irgendwie die zwei Türme. Hier diese Kriegerstatue. Habe ich mir geholt. Ansonsten hatten wir ja die Laterne. Hier den Arctetriumph habe ich mir geholt. Die Maske hatten wir ja. Dann hier diese beiden Magnetpins. Hatten wir ja auch schon. Dann war noch hier dieser Bus. Die sind Kissen und die sind riesige Mälder. Also insgesamt sind es zwölf Gegenstände. Wie sagt ihr, jeder pro drei Kapitel. Und halt mir einfach geholt. Und da habe ich auch gemerkt, dass das echt total easy ist. Da macht man sich einfach nochmal schlau. Hier beim Kapitel, wenn man hier eben so auswählt. Bei welchem hier Checkpoint ist denn hier Wodans Laden. Dann legt man da einfach hin. Geht in den Laden, kurft sich das. Und dann macht man auch einfach Kapitel wieder verlassen. Das geht dann. Da steht dann zwar, ja wird nicht gespeichert. Aber doch, doch. Da wird alles an sich gespeichert. Voll cool. Und so, deswegen war das eigentlich ein schöner Klacks. Habe ich einfach nochmal für mich geholt. War jetzt aber nicht so nahlich spannend. Hab da nichts verpasst, Leute. Aber ich dachte mir, hey. Ich zeige euch mal noch, wo ich am besten gefarmt habe. Ich persönlich. Und das war ganz am Anfang von Kapitel 2. Der war nämlich wirklich schön easy. Weil da hat man ja gleich direkt. Am Anfang des Kapitels hat man ja so einen Engelkampf. Und da kann man dann einfach richtig schön die schön dismanteln. Die ist eigentlich relativ fix. Und wenn man dann noch dieses Item hier nimmt. Diese, diese Midas-Item da. Dann kriegt man auch schön, wird den schnell zusammen. Aber ich habe das meistens ohne Midas gemacht. Weil das ist dann auch so teuer. Eben so ein Midas-Objekt. Ihr wisst schon, dieser Gegenstand. Bei den Lollis. So, dann immer schon einfach überspringen. Voll easy going. Ja, warte. Wo war denn jetzt hier so ein komischer... Ne, äh, warte mal. Warte doch, warte. Swoo, swoo, swoo. Ja, diese Ding hier. Ne, Midas-Testament. Da kriegt man ja immer, ganz kurz, kriegt man ja immer mehr Sachen raus aus Gegnern, wenn man die schlägt. Also seien es Essenzen oder halt in dem Fall jetzt diese Heiligenscheine. Aber naja. Naja. Ich weiß nicht, Leute. Komm, dann geht man einfach hier hin. Und dann wird erstmal schon gebettelt. Und dann wird auch schon gebettelt. Schön kombo-mäßig hier. Zack, dann dasht man hier einfach alle win. Und dann, wow, 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 wow. Wird hier schön my turn gekloppt, Alter. So, schön mit irgendwelchen Demons, die man sich da einfach da nimmt, Alter. Ne, dadurch habe ich auch sehr viele, äh, sehr viele, sehr viele, na. Wow, wow, wow. Sehr viele Blutdinger bekommen. Da sehe ich auch schon mal offscreen viele Dämonen einfach nochmal aufgelevelt hatte. Ne, warum nicht? Schaap. Ne, schaap. Dann habe ich auch so oft gemacht, dass ich das hier so ja in Reihenplatinen schon geschafft habe. Also würde ich es nicht schaffen, aber... Wow, 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 wow. So, nicht hier dein komisches Schild machen. Was soll das? Oh, down. Ne, gott. So, ne, dann freut sie sich hier. Gibt ein Küsschen hier. Ja, und dann macht man einfach nochmal und verlässt einfach das Kapitel. Richtig easy. Zack. Ja, nur Platin. Ich habe Schaden genommen. So, komm, jetzt haben wir schon 3000 wieder. Richtig cool. Ja, und dann einfach, ne, zurück zur Kapitelauswahl. Sind Sie sicher? Ja. Wie gesagt, das, was man so einsammelt, das wird gespeichert. Da hat man ja auch gerade gesehen. Irgendwann wird ja auch tatsächlich gespeichert. Guckt da oben, ihr seht, rein Platin. Habe ich schon geschafft. Aber ja, das kann man immer wiederholen. Gegebenenfalls würde ich einfach mit Miras Testament. Kriegt man so vielleicht nochmal eine Doppelte raus oder so. Geht recht fix. Und ja, Leute, so konnte ich mir alles nochmal nachkaufen. So, ich glaube, den Spiegel, den werde ich mir nicht holen können gleich, ne. Der ist aber schon wieder ein bisschen teurer. Wenn der wie die anderen Spiegel einfach so teuer ist. So, naja. Und hier, Leute, haben wir auch, ja, ich... Leute, ich weiß nicht, hier ist das Platin-Ticket. Guckt mal, wie teuer das ist. Und ich weiß, wie das noch alle zusammengefahren kriegt. Irgendwie, ich glaube nicht. Das würde zu lange dauern. Dieses Objekt verleiht seinem Träger das Recht, Rodan auf dem Zenit seiner dämonischen Macht herauszufordern. Gab's auch in jedem Bayonetta-Teil. Und ich glaube, in jedem Bayonetta-Let's-Player haben wir das nicht gemacht. Ja, also an sich kann ich ja auch noch kurz erzählen. Wenn man das Ticket hat, kriegt man eine Chance, gegen ihn zu kämpfen. Ich glaube tatsächlich auch nur einmal. Ja, dann musst du immer wieder, wenn du neu kämpfen willst, glaube ich, immer wieder ein neues Ticket holen. Ganz toll. Ne, einmal. Und wenn man den dann besiegt, dann kriegt man halt, ja, Rodan als Dämon-Form und seine Waffe. Das ist eigentlich auch cool. Das ist auch ein kleiner Ansporn. Ne, klar. Aber ich glaube, das kann man getrost ausklammern aus diesem Let's-Play hier. So, Zubehör. Ich gucke mir vielleicht noch das hier. Vielleicht kriegst du es bis zum nächsten Part noch zusammengefarmt, dass ich mir das einfach nochmal hole. Wird ja auch so ein Schummel-Ding ist. Aber ansonsten habe ich mir ganz viel geholt. Auch von Rodans Schätzen. Hier alles Mögliche geholt. Ach guck mal, der kostet ja bloß 100. Geil. Magischer Handspiegel, der Flink-Wand-Kugeln enthält. Wird mit der Trainingskutte verkauft. Trainingskutten-Outfit. So. Sehr schön. Und dann hat es zu Gubelkabellanz viele Kugeln. Da habe ich mir alle geholt. Ist jetzt alles ausverkauft. Nicht wirklich alles, weil irgendwie bei den, naja, bei den T-Shirts von... Ach guck mal hier. Die habe ich auch noch nicht geholt. Genau, weil wir dann da zwei oder nicht. Und die T-Shirts von Viola finde ich auch nicht so interessant. Aber naja. Die ganzen Figuren habe ich mir geholt. Ich habe mir alle Booster-Packs geholt. Das war jetzt nicht spannend. Ihr habt noch nicht verpasst. War langweilig. Ja. Aber für mich so einfach, ja, war das Farm, wie ich es euch gerade gezeigt habe, eigentlich relativ schnell geht. So. Aber das soll es für den heutigen Part gewesen sein. Das war die Bonusrunde des Bonuskapitels. Easygoing. Wir mussten die Schlüssel nicht einsammeln. Wir haben sie geschenkt bekommen. Ja, das Timing. Auch wenn das Timing für Violas bessere Kampfstatistiken schlecht war, so war das Timing für die Schlüssel umso besser. Leute, vielen, vielen Dank. Beim nächsten Mal machen wir noch. Ich würde vermuten, der letzte Part beim nächsten Mal. Bei dem geht es dann um die Hexenprozesse. Ja. Könnt ihr euch schon darauf freuen. Und ansonsten ist das jetzt Bläber auch. an sich beendet. Bis zum nächsten Mal, Leute. Danke fürs Einschalten. Ciao.